Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Turo 4. Mit dabei ist wieder Steve. Jo Leute, was? Will auch dabei mit einem Hintergrund irgendwo rumschreien. So ist es. Wir versuchen jetzt drauf zu join. Ich bin drauf. Ding ist halt, du hast halt 10 Sekunden, wo du dich nicht bewegen kannst und derzeit kannst du halt hier irgendwo Steine abbauen, weißt du? So, 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 mach ich grad. Ah. Mir geht das Essen so langsam aus, meine Öfen hab ich wahrscheinlich auch irgendwo stehen. Hä? Schutzzeit. Ich grad nicht. Rolf. Ach hier sind meine Öfen, ok. Ich such meine Öfen jetzt. Ah moi. Ich schätze mal beim Licht. Hä? Oh, sie ist lau. Na? Wow. Ich darf mal mein Inventory aussortieren, ey. So. Raus. 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 Ja, Diamanten hätten was, wenn wir jetzt welche finden würden. Raus. 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 liegt nur noch die ganze zeit das kann ich den vorwiesen lab ist wie viel brauche von zwei stacks reicht oder alle schützen ja hier los oder kommt auf einmal alle oder was ja eben gesagt das ist mein magisches organ oder schaut wasser ausgeschaut hat unten wasser folgt eis haben wir schon genug doch nur bei uns rennt keiner rum ich hoffe mal eigentlich er schaut weiß ich noch nicht in welcher cave noch nicht war ich weiß ich noch nicht war da wo das laba noch laba ist super mache aber nicht jedes laba weg nur da wo sich lohnt ja ok aber langsam kann ich mich nicht nach aber ich muss ja nicht zurückgehen na muss ich nicht na ich hab noch einen gang gefunden wo ich noch nicht war sehr cool ja ich bin auch gerade in den eigenen gangen unterwegs weiß nicht war ich da schon noch mal glaub ich es da habe ich mir mal zugebracht anscheinend ey dann war ich da weiss das kann sein ja ey steve ich bin überfordert mit meinem gang ich bin also voll so vorsichtig schon bei laba waren ich tue jetzt immer das laba weg bevor ich da hingehe warum ist ein enderman da waren wir aber anscheinend schon mal aber dann gehen wir in die nieder oder steve nimmst du laba überhaupt noch mit wenn du siehst äh für xp höchstens ich habe 58 das dürfte einen docker reichen ich habe mir schon wieder sarkast zehn minuten so schnell vergangen die minuten ich habe mir auch gerade gedacht oh ein enderman der wasser hier will ich mich jetzt eigentlich nicht prügeln noch nicht aber gleich ok da schauen wir es cool das kennen wir nochmal aus auf der höhe ist und der kanadier ist danke du sie gehen raus an den enderman die ich gerade geklöpelt habe ja wie heißt der und eine pearl gekriegt habe das ist praktisch ja ich bin einmal an einer ender pearl gestorben zu den moggeli dinge nicht mehr ja ich weiß alex ja ich habe schon voll vergessen dass meine zombies ausschauen ja es geht schon noch aber ich finde riesige höhlen und alles warum habe ich jetzt solche schattenprobleme da hat einmal ein shader drinne vielleicht ist das jetzt gut fix das war aber nicht für ha Das ist fast möglich, oder, bei so einer grossen Hülle? Weil da war bestimmt noch keiner. Das war gut, gell? Ja. Ich hab kein Wasser mehr, Steve. Kann ich nichts dafür, wenn du kein Wasser mehr hast, Alex? Wen? Alle. Ich schreib's aber. Hey, Philipp, da drüben warst du verkehrt. Aha. Ich könnte ja auch von Labern nehmen, mit Laber, Laber. Labern. Gute Cave. Ich hasse es. Tom. Da hab ich rausverkehrt. Und jetzt nicht mehr. Doch. Gott sei Dank. Dürfte mein Gold auch langsamer braten. Ey. Ey. Überhauptverkehr liegt, oder? Ich gib's auf. Gib's auf. Riebel, Stadt und Wasser, Kiebel und Lava Kiebel. Läuft bei dir. Jupp. 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 Der Aim. Der Aim. Und was von dir? Ja. Ich hab grad einen Zombie nicht geschlagen geschafft, Alter. Alter. Ja. Das geht auf einen Schlimmen. Genau. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich irgendwo bin und wo ich schon war. Oh Alex. Aber ich geh noch mal hin, mich gefahrt aber früh. Ich weiß es nicht. Alex hat sich verirrt. Ich will aber weitergehen, ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Es ist 5 Minuten außen, ich habe noch gar nichts erreicht. Ich bin nicht einmal Gurdang gefunden. Ich habe gar nichts gefunden. Caves hören auf. Meine Caves sind für gar nichts mehr. Wir eiern hier irgendwo in Caves rum. Denkt man wir enchanten auf Iron Sword, oder? Bis jetzt schon, ja. Ja, wie sollst du denn da weitergehen? Da vielleicht. Wenn ich noch... Es geht tatsächlich weiter. Philipp hat dir geholfen, oder was? Like! Na ja, ich wollte eh hin. Alex hackt. Philipp hilft ihm. Ja. Ja. Das würde ich auch nicht mehr in Philipp tun. Ich glaube, du bist aus, oder geht es weiter? Ich muss mal zurück, ich brauche Kohle, oder? Ja. Steve, hast du dir echt Streetminer angefangen? Warum? Weil ich nichts mehr habe. Ich habe echt nichts mehr da unten. Ja, kannst du auch machen. Oder wie meinst du, dass du nichts mehr hast? Ja, die Höhlen sind aus, glaube ich. Kannst du auch noch spieren? Ja, ich habe auch... Mach auf kurz. Du meinst. Hehehe. Mein ganzes Leben da unten ist klar aus. Ich bekleide mal mehr Holz. Wie, du hast kein Holz mehr. Ich habe kein Holz, oder? Ich habe kein Holz, oder? Ah, danke. Alter, du kannst dann kein Holz mehr haben. Ja, weiß ich nicht. Ach, ich habe es. Nein, so viel Holz habe ich eigentlich. Was mir gerade ausgeht, ist die Kohle. Soll ich es mitnehmen? Ich habe alles richtig scheiße Angst. Ja, Steve, ich bin echt ein bisschen am Zittern, oder? Ich finde nichts. Dann geh doch hoch. Ja, aber jetzt habe ich gutes Vertrauen in meine Stripman-Künste. Hey, Philipp, siehst du, wenn ich ganz hinter Grau, ob da hinten ein Diamant ist? Siehst du das da? Ja, schon. Okay. Aber sonst gehört jetzt die Blotschirm-Helligkeit höher dran. Hehehe. Wow. Wie alt bist du? Röl. Schreibt Rölf. Schreibt Rölf. Schreibt Rölf. Rölf. Ich habe einen Iron äußeren. Egal, die wollen sie sich mit uns unterhalten. Wir verarschen sie einfach nur, Steve. Oder egal. Ich habe auch viel Lust damit zu unterhalten. Netter. Du unterhältst sie doch auf der Wiese mit der Kuh auch nicht, die du danach isst, oder? Also, ich habe noch nie eine Kuh, glaube ich, gegessen, was ich gesehen habe. Nicht? Naja, doch, eigentlich schon. Aber ich wusste, wer heute davon ist. Nur die Heide, die Weide, die Heide, die Heide, die Herde gesehen, oder? Oh, ich hasse das Tripmine, ey. Ich hasse das Tripmine so sehr. Machst du auch schon? Hm, leider. Ich habe meine Öfen einfach irgendwo hingestellt und das Tripmine. Soll ich meine Öfen auch mal hinschne, Fili? Was hast du wissen? Ja, aber auch, nein. Gut. Nein, das machen wir irgendwann, wenn wir mehr haben, fertig. Ich habe schon ein Stack Gold. Hohoho. Warum findest du alles an, wenn ich auch in die falsche Richtung gelaufen? Finde ich. Ich weiß es auch nicht. Ey, ich weiss heute mal was von dem Tripmine. Harten, sorry. Find auch nichts. Leider mal, nicht einmal Rides da. Render. So, was will ich besser machen? Und wann farm ich eigentlich Kohle? Also, ich habe bis jetzt immer mehr Glick beim Render für Südminein gehabt. Ja, wirklich. Ich höre aber auch keine Lava. Oh, ich habe Dias. Ich brauche zwei, 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 drei. Was ist die von Dias? Ich habe einen Grund, bitte. Ja. Okay. Und die Kölstmacher 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 Und die Kölstmacher so das war's mit der folge danke fürs zuschauen wenn ihr euch gefallen hat lasst ein abo und like da und bis zum nächsten mal servus